Hi, ich bin Patrick von Fundoino, das ist der Fundoino Cube und mit ihm kannst du innerhalb von einem Tag programmieren lernen. Komm, ich zeig dir, wie es geht. Im letzten Video haben wir uns das Potentiometer des Fundoino Cubes angeschaut und diesmal gehen wir in die elfte Lektion und beschäftigen uns mit dem OLED-Display des Fundoino Cubes. In vorherigen Lektionen haben wir den seriellen Monitor kennengelernt. Was machen wir nun, wenn wir keinen Computer oder Smartphone zum Auslesen eines Signals haben? Wir nehmen ein Display. Kleiner und günstiger als Computerbildschirme und auch flexibler. Hier haben wir ein OLED. Was genau das ist? Dazu kommen wir jetzt. Organic Light Emitting Diode. Das organisch bezieht sich hierbei auf das Halbleitermaterial, aus dem die OLED besteht. Dies ist nämlich ein Material, welches selbst Licht imitiert, wenn eine Spannung an der OLED anliegt. Ein Display, wie auf dem Cube, besteht aus sehr vielen einzelnen OLEDs, die einzeln angesteuert werden können. Man nennt sie auch Pixel. In unserem Fall sind es 8192 Pixel, die zusammen das Display bilden. Die Aufgabe klingt recht simpel. Lasse dir in der ersten Zeile das Wort Hello und in der zweiten Zeile das Wort World ausgeben. Wir starten mit dem Hinzufügen des Blocks für unser OLED mit dem SSD 1306 Treiberchip. Diesen findest du hier unten, nachdem du auf das Untermenü Aktion gegangen bist. Ziehe den Block nun hinein und benenne ihn. Im zweiten Feld Adresse ist der Wert 0x3D eingetragen. Diese kann erstmal so stehen bleiben. Sollte diese Hex-Adresse nicht funktionieren, dann gib bitte die Adresse 0x3C ein. Moment, Moment, Moment. Halt, Stopp. Was ist eine Hex-Adresse? Erstmal einen kleinen Schritt zurück. Das OLED-Display kommuniziert mithilfe einer I2C-Schnittstelle. Dieses Bus-System wird auch Controller-Worker-Bus oder früher auch Master-Slave-Bus genannt. Über ein solches Bus-System werden Datenpakete von einem Controller zu einem Worker gesendet. Jetzt kommt die Hex-Adresse ins Spiel. Jeder Worker, bei uns der OLED, hat eine eigene Hex-Adresse. Damit der Controller, bei uns der Mikrocontroller, weiß, wohin das entsprechende Datenpaket geschickt werden soll. Im Grunde wie ein E-Mail. Auch da brauchst du eine Empfängeradresse, damit deine Nachricht dort ankommt, wo sie auch hin soll. Ebenfalls in dem Blog finden wir zwei weitere Felder SDA und SCL. Diese werden ebenfalls für die Kommunikation über das I2C-Bus-System benötigt. An den Pin SDA werden die Datenpakete gesendet und an den Pin SCL wird die Taktrate ausgelesen, welche vom Mikrocontroller vorgegeben wird. Der SDA-Pin ist mit dem Pin A4 verbunden und der SCL-Pin mit dem Pin A5. Gut, dann können wir weitergehen in den Programmablauf. Dafür gehe erst einmal in die erweiterte Menü-Einstellung und dann wähle aus dem Untermenü Aktion und Anzeige diesen Block für das OLED. Hier können wir nun auswählen, welcher Text wo stehen soll. Wir geben nun Hello ein und wählen bei Spalte 0 und bei Zeile auch 0. Dies sind jeweils die Startpunkte für das erste Zeichen. Um das zweite Wort darstellen zu lassen, nehme diesen Block noch ein zweites Mal, schreibe dort Word hinein und wähle als Spalte 0 und als Zeile 1. Das sollte es doch schon sein, oder? Schau mal nach und lade das Programm hoch. Hm, nee. Das sieht ganz und gar nicht richtig aus. Was haben wir falsch gemacht? Gar nicht so viel. Wir müssen nur bedenken, dass diese Angaben ja Startpunkte sind. Wenn wir ganz genau hinsehen, dann kann man erkennen, dass ja mehrere Pixel das erste Wort ergeben. Wir haben also schon mehrere Zeilen belegt und können deshalb nicht einfach für das nächste Wort Zeile 1 angeben. Wir können sogar zählen, wie viele. Jeder kleine Punkt ist eine Zeile. Beginnt mit 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um ein wenig Platz zu lassen. Probiere also mal für das zweite Wort die Zeile 8. Jetzt das Ganze nochmal hochladen und dann mal schauen. Nice, das sieht fantastisch aus. Das ist doch jetzt genau das Richtige, um als nächstes einen Wert von einem anderen Bauteil auf dem Cube auszugeben. Lass dir mal den gemessenen Wert des Ultraschallsensors ausgeben. Kleiner Hinweis. Dafür benötigst du unter anderem einen Kontrollblock, den wir schon häufiger benutzt haben, und einen weiteren Block für das OLED, auch hier im Untermenü Anzeige zu finden. Wenn du es noch ein wenig komplexer möchtest, lass dir noch die Werte des Fotowiderstands und des Potentiometers ausgeben. Viel Spaß und Erfolg damit. Ich bin auf die Ergebnisse gespannt. Lass es uns gerne hier in den Kommentaren wissen, wie weit du gekommen bist. Im nächsten Video gehen wir in die Lektion zum DHT11 Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor. Hat dir das Video gefallen? Dann abonniere doch diesen Kanal und drücke die Glocke, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Wir freuen uns auch immer über Fragen, Kommentare und konstruktive Kritik, damit wir unseren Channel stetig verbessern können. Bis dahin, auf Wiedersehen.